Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video soll es einfach nur ein Infovideo sein. Und zwar, wie ihr gesehen habt, kamen jetzt die letzten paar Tage etwas weniger Bilder. Das ist dem Wetter geschuldet, weil das Wetter ist wirklich mies, ist dauerbewölkt, Regen, also das ist eine Katastrophe. Deswegen gab es jetzt halt weniger Bilder und auch Videos gab es bisher noch nicht weniger. Aber es wird jetzt etwas weniger werden über die Winterjahreszeit. Ich denke mal, mit einem Video pro Woche müssen wir da jetzt zurechtkommen. Auf jeden Fall nächstes Wochenende, wenn alles gut geht, werde ich mit einem Fotokollegen eine kleine Fototour machen. Wir wollen da auf jeden Fall mal schauen, ob wir vielleicht einen See finden mit einem Steg, den wir dann schön in Szene setzen können beim Sonnenuntergang. Ob das alles so klappt, das wird sich zeigen, auch wie das Wetter halt ist. Von daher schauen wir da einfach mal. Das soll halt wie gesagt nur ein kurzes Infovideo sein, dass halt einmal die Woche nur ein Video kommt und nicht zweimal. Ich hoffe, ihr habt da Verständnis. Auch mit den Bildern wird etwas weniger werden bei der kalten Jahreszeit. Von daher hoffe ich, ihr bleibt mir treu. Und ansonsten sage ich mal, danke fürs Zusehen. Abonnieren, liken, teilen, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.